Das Abzahlen entlang des Wasserfalles ist ein ganz besonderes Erlebnis. Vor allem in Tagen nach der Schneeschmelze oder nach Regentagen, wo sehr viel Wasser die Felsnähe macht. Da ist das ein besonderes Schauspiel. Es ist risikolos, wenig anstrengend, verlangt keine Fachkenntnisse und das kann jeder für sich machen, der Spaß daran hat und etwas Besonderes ausführen will. Die Abzahlen-Aktion wird vorher am Übungsfelsen gezeigt, geübt, so dass es in angenehmer Erinnerung bleibt. Trotz der ganzen Sicherungsmaßnahmen und Übungsmaßnahmen bleibt für die Teilnehmer ein besonderer Kick erhalten, aus dem man natürlich Vorteile erzielen kann, wie zum Beispiel der Umgang mit der Angst und deren Kontrolle, vielleicht etwas Neues zu entdecken, die Teamfähigkeit. In der Gruppe geht alles natürlich viel leichter. Die Zielstrebigkeit, indem man irgendetwas durchführt, was man sich vorgenommen hat und natürlich die Motivation für zukünftige Unternehmungen.